Und was ist noch einer das interesse wie stets wie überrennen die gerade okay das ist cool Ah das ekelige Gewehr was so viel Schaden macht das ist so ekelhaft wir haben sowas gar nicht Ja gut wir haben dafür einen Minigun aber weiß was ich meine Der hatte dasselbe Visier wie ich gehabt sonst hätte er mich jetzt nicht gesehen Noch 10 punkte dann kann man mit dem Sani mit diesem Visier rumlaufen Fick dich ey Keine Granate Ne von zwei Seiten geht gar nicht Taktikwechsel Ne das ist eigentlich schon die richtige Taktik einfach äh durchschalten Ja danke Danke fick dich ey fick dich einfach Belegt er mich mit in der Schlacht wieder ich muss mich unbedingt angewöhnen ähm das abzulehnen Aber jetzt müssen wir warten Okay Können schon wieder Können wir nicht einfach irgendwie Probieren wir mal was aus Fick dich Boah einfach überlebt ey krass Der hatte die selbe Idee wie ich nur hatte der AC4 oder so ein Zeug Okay das geht nicht Ich würde ihn ganz gerne Zumindest ein bisschen ausbessern Gleitfähigkeit Ach Jetpack 1 okay So Jetzt können wir ein bisschen länger die Luft aushalten Nein Boah das war knapp Ui Hätten wir die Panzerung nicht wieder jetzt tot Hätten wir die Panzerung nicht drauf gemacht Dann wäre es das gewesen mit dem Xenora Und die Base wird einfach uns Krass Ist ja schon wieder am qualmen Hör auf zu rauchen ey Na ja Rauch halt Alle drin Gut Warum rauchen wir Kann es sein dass wir Dass es geändert worden ist Dass wenn man einmal fast kaputt war Dass man dann Ähm Ich will überfahren Okay Dass wir insgesamt weniger Schaden haben Der lebt doch noch Mach den mal kaputt ey Oh Gott Panzer Ich will den nicht hängen Lass auf abhauen Wir sind natürlich ein ziemliches Ziel dafür Dass wir so rauchen Ne Ich würde ganz gerne Ähm Einsetzen Was Och fick dich doch du Idiot Pass doch mal wo du hinfährst ey Wie behindert ist der Typ Gott ey Welcher war meiner Da Der da Was für ein Trottel ey Was für ein Idiot Ich hoffe der wird gesperrt Ich hoffe der hat schon so viele Kills gemacht Im Team Kill Dass der jetzt gesperrt wird Und jetzt einfach nicht weitermachen kann Ich bin voll am rauchen ey Ah Promoted Jetzt fängt es mich Wie kann es halt So ein kleiner Buggy So einen fetten Wagen Wie ein Zanderer Einfach wegschieben kann Erklärung bitte Ich gehe mal auf den hier Telefon war Beschießen Man sieht natürlich gar nichts Auch nicht so geil Warum rauche ich noch Ich bin doch schon nichts repariert Das ist ein Bug Wie oder Das ist doch bestimmt gewollt Dass man noch weiter raucht Und keine Ahnung Dafür dann mehr Schaden bekommt Weil man schon einmal An der Schadensgrenze war Oder so So der ist weg Wir werden uns repariert Von dem Zanderer Deswegen können wir hier einfach stehen bleiben Das ist nicht so geil Das ist richtig Weil das gerade echt praktisch Auch wenn es vielleicht nicht so scheint Die Waffen hier Die Standardwaffen Die sind eigentlich schon ziemlich stark Klar Lagen nicht so stark Wie Fette Raketen Und so Früher waren die sogar stärker Früher haben die richtig viel Schaden gemacht Die waren auch viel schneller Das haben sie genervt leider Ich konnte alleine mit einem Sanara-Panzer zerstören. Alleine. Einfach immer umsteigen. Einfach Beschützwechsel und so. Das ging sehr gut. Oh Gott. Sanara-Party. Kann ich einfach da oben auf die Felsen und dann mich da oben einfach hinstellen. Das wäre cool. Ich glaube nicht, oder? Komm ich da hoch? Ich komme einfach hoch, okay. So. Okay. Machen wir es halt so. Ups. Hätte ich mal gemessen, das wäre viel cooler. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen weiter sitzen, aber ich bin so stark am Rauchen. Und ich würde, glaube ich, einfach gekillt werden, ne? Ich gucke mal, ob ich hier noch ein Stück weit ersetzen kann. Dann können wir vielleicht noch ein paar Punkte holen. So. Ja. Guck mal, geht zwar leicht. Na, vielleicht auch nicht so klug, sich direkt da hinzustellen, wo wir uns alle sehen können. Na, ich glaube, jedenfalls schon ganz okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fick dich, das war mein Platz. Arschloch, ey. Dann fahren wir jetzt einfach rein. Guck, guck. Okay, raussteigen, die geht kaputt. Die geht einfach nicht kaputt. Fick, ich muss weiter da hinten. Oh, oh. Tja, dann werden wir halt einfach kämpfen. Ich würde ganz gerne irgendwie da vorne hin. Hier gerade so aus dem roten Bereich raus. Aber es geht nicht. Nee, geht leider gar nicht. Wäre das cool, aber es wäre wahrscheinlich auch ziemlich unfair, ne? Haben wir irgendwo noch einen freien Platz? Warte, komm ich. Ich gehe raus. Der ist weg, okay, schade. Tschüss, dann helfe ich dem da. Ja, ist noch da, warte. Der hier. Da war noch ein Panzer, oder? Der wollte nicht, okay. Dann soll er nicht. Ach ja, das ist auch voll cool. Seht ihr das hier? Unsichtbar. Das ist so cool. Habt ihr hier einen Platz frei? Nee, schade. Der hat einen Platz frei? Okay. Dass das geht, ist neu. Warum haben wir einfach so einen Schaufelbagger? Das sieht voll cool aus. Ist das ein Skin? Ich lass den mal, weil es nicht meiner ist. Aber ich halt... Nö, der ist auf mich gemarkiert. Das ist jetzt meiner. Das ist cool. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt meiner. Bäm, eingenommen, Bitches. Was haben wir eigentlich obendrauf? Standardkanon und eine Bulldog. Wollen wir hupen? Nein. Hoch. Das war nicht unser Geschoss. Das weiß ich. Ich erkenne sowas. Ja, wir haben... Okay, ich find das irgendwie lustig, dass wir einfach einen neuen Sonora bekommen haben. Das hat sich ausgelockt und dann hab ich gerade in dem Moment halt da... ...mit ihm genommen. Und bekam den auch einfach. Sind das die Munitionsdinger? Das ist die Munitionsdürme, ja. Nicht cool. Ignorieren wir das einfach und fahren weiter. Wo sollen wir denn hin? Oh, dahin. Okay. Wir gucken erstmal nach, ob der... Ähm... Hat der, glaub ich, ne? Der hat, äh... Fahrstühle. Fahrstühle. Wie heißen sie? Ähm... Gravity Lifts. Ist das hier? Hier ist einer, ja. Ja, Mann, ey. Ich hab einen der besten Plätze von allen bekommen. Wieso bist du gerade gestorben? Was ist das denn? Irgendwas schießt. Ich weiß nicht, ob's auf uns ist. Egal. Wir gehen da rein. Okay, er sagt, es ist nicht die, die sind da hinten. Okay. Halt verstanden, klar. Mein Russisch ist nämlich so gut. Ich schwör. Diana Ehrenwort. Munition! Als hättest du nicht genug davon. Was haben wir genug davon? Ich glaub nicht, ne? Ich muss so ein Schild überladen. Steht da links. Fuck. Ich muss auf Kopfhörer zielen. Ist besser, ne? Oh Gott. Kommt, die abprallen. Ich weiß es nicht. Oh, die prallen mal gut ab. Ich schau ab. Oh, dankeschön. Das ist voll nett von dir. Das macht nicht jeder für mich. Was? Hat er ein Gegner? Ich weiß es nicht. Heilung! Wo ist mein White Mage? Okay, bin weg. Das ist ein Max. Max gleich schlecht. Na, guck mal. Die haben einen eigenen Max. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Ich bin tot. Sorry. Nimm Rache für Echtgeld-Währung. Ja. Leck mich. Welcher ist meiner? Ich glaube, das ist meiner. Habe ich noch einen? Oder ist er schon kaputt? Nee, das war meiner. Oder? Ist meiner? Das ist nicht meiner. Egal. Zum Glück ist das Unsichtbarkeitsschild so extremst unauffällig. Vielleicht sollte sich mal jemand um den da hinten kümmern. Okay. Ich würde gerne wieder da hin, wo ich eben war. Das war ein guter XP-Farm-Spot. Oh Gott. Die Heiler-Granats sind voll cool. Die können nämlich nicht nur die Spieler wieder hochhalten. Die beleben auch einfach alle wieder. Das ist extrem krass. Ist das der Spawnpunkt von denen? Da bin ich nicht zu nah ran. Sag mal, der braucht Reparatur. Benno schon am Start, mein Freund. Ein paar Punkte abziehen hier. Warum sollte? Ich leck mich. Achso, der ist schon kaputt. Dann kann ich schon rein. Cool. Bist du dir sicher? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich bin anderer Meinung. Nee, 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 nee. Lass mal lieber anders machen. Ist besser. Jetzt hältst du dich auch schon gegen mich. Diese Russen halt immer zusammen. Bam. Wenn einer von euch Russisch kann, ich möchte gerne die Übersetzung davon haben, was sie sagen. Das interessiert mich gerade echt ein bisschen. So, wohin jetzt. Wo ist mein Sandara? Mein Sandara ist... Der, der ist meiner. Es leben doch ein paar von ihnen. Wir sollten uns drum kümmern, sonst holen die sich das hier noch wieder zurück und das ist ja nicht so toll. Ich finde das cool, wie die hier an zurücktrinken sind. Ey, schieß dich auf mich, du Arsch. Hast du davon? SP-Bonus für Sandara, okay. Jetzt müssen wir da hin. Okay, machen wir. Bevor die guten Plätze weg sind. Junge, wenn du dein Mikrofon benutzt, benutze doch auch bitte Kopfhörer. Ich höre sonst, wie du spielst. Ich will jetzt mal ganz kurz hierna reparieren für ein paar Punkte. Was machst du denn mit meinem Sandara? Steige ein. Gut. Noch ein paar Fußgänger. Ey, hallo, bist du behindert? Willst du den ganzen Weg zu Fuß gehen? Oh, denn das ist ein feindlicher Sandara, glaube ich. Naja, die können eh nichts einnehmen, wenn irgendwo anders schon ein Punkt eingenommen ist. Sind da noch ein paar Plätze frei, da links erscheint sich einander frei zu sein, ne? Wer da hoch könnte, ich glaube nicht, dass wir mit dem Sandara hochkommen. Und da will schon einer hin, seht ihr das? Dann blockiere ich eben den Schuss. Ja, sollte ungefähr funktionieren, ja. Oder? Ich will auch so einen Spawnpunkt haben. Da hinten ist einer. Da ist, was ihr seht, da ist ja keine Lücke da. Die genau hier ist. Bam. Besser Platz. Oh Gott. Das läuft uns ja schrecklich. Hallo. Bis zum nächsten Mal.